sehr amüsant ich frage mich wer alter ist also manchmal ist das wirklich wenn man sich nämlich mit mit kindern da unterhalten muss ist das wirklich schon grauenhaft kann man es eigentlich nur glücklicherweise machen wir mal kein damage draus machen wir mal was anderes sind wir alle alle bordel alle on board wieso und jetzt gehen alle bis auf sylvanas nach oben und dann klemm ich dann den da vorher scheiße hm mist 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 ich wollte ihn eigentlich mit der e weiter zu uns peitschen aber irgendwie hier ach fünfmal das falsche gedrückt ey das ist ja total arg ah so affig warum hab ich nicht diese riesige range um mich drum herum oh hm ok den einen hab ich weggeballert das ist eigentlich schon recht nice dass mein heal eigentlich unbegrenzt ist dadurch dass ich kein ach dass ich kein ach jetzt beginnt der scheiße wieder ok hm 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 h Ich weiß nicht, dass ich mal hier so grundsätzlich einmal meine Vision heal. Ist das denn Range von meinem Heal? Wäre ja eigentlich mal ganz nice, das zu wissen. Verdammt. Selbst mit meinem Heal bin ich gerade etwas... Ich kann nicht... Ich kann nicht viel machen, außer dem Allrounder rein sein. Kasin, du bist doch auch... Ich sollte mal hier... Komm her. Nein. Scheiße. Okay, ich hätte... Da stehen wir langsam. Komm schon. Wir brauchen unbedingt die letzte... Aber nicht schön. Genau, mach den fertig, mach den fertig, mach den fertig. Ach, scheiße. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit... Das wird echt knapp. Komm schon. Das ist mir verdammt. Knapp war es. Ich weiß nicht, wie knapp. Ich habe gar nicht mehr aufgepasst. Aber... Tod. Alle sind hier. Keine Ahnung. Verlatschen. Ich werde ja nicht haben. Ich habe jetzt einen Stift holen. Ah. Kommt, Junge. Weiter. Schlecht Shit, ah, zu spät Das wird krass Hm, was kostet das was, Abglückzeit? Hä, das kostet doch gar nichts So, vertraue ich dann mal auf die, die Damage mal an Splash Das wäre natürlich echt geil Wo wir sie hin Ah Die macht natürlich echt krass Damage normalerweise Wen das denn zählt In welcher Form auch immer Ja Geh Das ist quasi aufgeflackert Lass mich stoppen Meine Röte nicht Wunderbar, aber Was war das denn für ein Mini-Teil? Die waren ja, der war ja echt klein Genau, rückt zurück, genau Okay, sie hatten recht Wie die Schatten verschwinden wir für kurzen Zeit Doch, wir kehren schwinds zurück Und davor ist Andere Aurel ist besser Wir hatten besseren Farmer Das Licht des Kristallbogens erstrahlt erneut Oh shit, wir haben es versaut Ich glaube, wir haben es versaut Ich sollte hier mal wenien aussuchen, ne? Was ist das denn hier? Oh shit, ich müsste jetzt Du waren erst mal scheidenfester So, ich steh mir jetzt schon in, wie man das ist Das ist nicht gut Ah, okay Der hat mich gefesselt Das war nicht witzig Hm Scheiße Ähm Wieder leben, wer wieder drin? Ähm Ich scheiße Und dann ão Mö Die Ich Die 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 Shit, 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 shit. Ich stehe in eurer Schuld. Ich stehe in eurer Schuld. Ja, das ist ein geiler Attacke. Das würde ich sagen. Nein, 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 nein. Ah, wieso ich? Verdammt. Ich hätte Kazim wiederholen können. Oder Nova. Mist. Eins, sechs, vier, vier, vier. Und der Fall hat ein Fuhr zerstört. Wir schreien. Aktiviert ihn jetzt. Wir werden den Himmel in den Abwohnen stürzen. Das wird echt witzig. Ich könnte mich mal... Das sind vier Wellen, die jetzt... Wären vier Wellen gewesen, die auf unserer Base getroffen wären. Whatever. Das hätte ja eh keinen. Was ist das? Oh, shit. Ernst? Was ist denn so was von geliefert? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sonst kann ich jetzt mehr wegkicken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich vergesse mal, dass ich kein Tank bin. Das habe ich mir so jetzt... reingedrückt, dass ich da mich hinstellen kann nochmal. Oh, Nova, denen ist ne KI. Wunderbar. Wunderbar. Ich hab nichts anderes erwartet. Das andere wäre wartet. Das andere wäre wartet. Oh. Unser Werk ist noch nicht getan. Unser Werk ist noch nicht getan. Unser Werk ist noch nicht getan. 13 Minuten. Niederlage. M.B.P. Oh Gott. Das ist dann, wenn man sagt... So, wir stecken jetzt zwei Krieger da rein. Nein, wir stecken einen Krieger da rein. Zwei Assassinen, einen Spezialisten und einen Heiler. Egal welcher, es ist einfach in eine Kategorie eingeteilt. Wow, die waren jetzt schlecht. Lächerlich. 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 So ne Aufteilung. Nur noch Samuro geführt. Immer noch, trotz 13 Minuten Spiel. 13, ja. 13 Minuten Spiel, bin ich 15% über dem Durchschnitt ähnlicher Spieler. Natürlich nur ähnliche Spieler, aber... Aber immerhin, ne. ...über dem Durchschnitt ähnlicher Spieler. 15%. Bei 16 Minuten hätten wir das jetzt noch länger durchgezogen. Da wäre ich... Way drüber. Das wäre... Naja, okay. Nächste Runde. Oh, ich könnte in den Shop gehen. Helden. Nicht veröffentlicht aufsteigt, damit ich weiß, was... wo ich bin. Ich könnte hier erstmal mich von unten durchkaufen. Ich könnte aber auch... Hammer. Nova. Moki. Leoric. Ich hab Leoric gar nicht. Ich kauf mir jetzt Leoric. Der Skelettkönig ruft euch. Ich hab eine Entscheidung vom Golf. Bäh, bäh, bäh. Hat der grad... Den... Das war ja cool. Den kriegst du nie wieder dazu, diesen Move zu machen, ne? Jo, machen wir mal das und dann... Hoffnung besteht in... Hoffnung besteht in... Okay. Team Liga können wir auch machen. Sehen wir uns dann gleich in der Team Liga wieder. Hm. 1